Ja zum Ausstieg. Ja zum modernen Verkehr im ganzen Land. Geldmittel, die aus Steuermitteln, also aus dem Land kommen, sollen auch im Land eingesetzt werden. In Baden-Württemberg gibt es etliche Regionen, deren Bahnhöfe und Schienen dringend modernisiert werden müssen. Aber das Geld aus Steuermitteln kann nur einmal ausgegeben werden. Entweder für viele Projekte im Land verteilt oder das Geld wird, wie bei Stuttgart 21, an nur einer Stelle investiert. Für das restliche Land bleibt dann auf Jahrzehnte kein Geld übrig. Das Projekt Stuttgart 21 besteht aus zwei Teilen. Erstens dem Tiefbahnhof in Stuttgart samt neuem Anschluss nach Wendlingen via Flughafen. Und zweitens die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm. Über diese Neubaustrecke wird am 27. November nicht abgestimmt, sondern ausschließlich über den kleineren Teil des Projektes, also über den tiefer gelegten Bahnhof in Stuttgart. Die Fahrzeitgewinne werden aber ausschließlich auf der Neubaustrecke eingefahren. Ob man nun von Wendlingen links herum durch den komplett neu zu bauenden Filtertunnel in den tiefer gelegten Bahnhof Stuttgart 21 oder rechts herum über die schon bestehende Neckartalbahn in einen modernisierten Kopfbahnhof nach Stuttgart einfährt, das macht keinen Zeitunterschied. Die Planer des Kopfbahnhofs K21 haben ein eigenes, fortschrittliches Konzept entwickelt. Vom Kopfbahnhof aus kommend wird die alte viergleisige Trasse genutzt und um zwei weitere Gleise erweitert. Durch einen neu zu bauenden, neun Kilometer langen Anschlusstunnel geht es dann mit Schwung hinauf auf die Filderebene bei Denkendorf. Die Höhendifferenz ist nicht so hoch wie beim Bauvorhaben Stuttgart 21 und der Zug kann beschleunigt in den Tunnel hineinfahren. Bei Stuttgart 21 muss der Zug aus dem Stand heraus in einen fast zehn Kilometer langen Aufstiegstunnel fahren. Dabei gilt es, neben dem hohen Luftwiderstand des Tunnels auch die extreme Steigung zu bewältigen. Der Stuttgart 21 Zug kommt bis auf die Filderebene nicht auf Touren. Anders bei der Alternative Kopfbahnhof 21. Da sich die zu bewältigende Steigung auf eine längere Strecke verteilt, kann der Zug beim Verlassen des Kopfbahnhofs ebenerdig richtig Schwung holen. Das spart Energie und Zeit. Dr. Heiner Geißler erkannte beim Faktencheck das Konzept Kopfbahnhof 21 als realistische Trassenführung an. Zitat Umgekehrt verlangte er Nachbesserungen beim Projekt Stuttgart 21. Zitat Einführung Feuerbach nach Bad Cannstatt, die Sanierung der Gäubahn und sinnvolle Anbindung an den Hauptbahnhof, eine Minimalertüchtigung des Flughafenregionalbahnhofs und die große Wendlinger Kurve. Diese Ergänzungen haben ein zusätzliches Kostenvolumen von ca. 570 Millionen Euro zur Folge. Damit liegt der Gesamtetat für Stuttgart 21 bereits im Planungsstadium weit über den 4,5 Milliarden Euro, die als Ausstiegsgrenze auch von der Bahn definiert worden sind. Politische Vorgabe für die Stuttgart 21 Planer ist gewesen, dass der neue Tiefbahnhof zwischen die bestehend bleibende Haupthalle des historischen Bonatzbaus und der Landesbank Baden-Württemberg passen muss. In diese Lücke passen nur 8 Gleise und 4 Bahnsteige. Der bestehende Kopfbahnhof hat 16 Gleise und 8 Bahnsteige. Bei gleichbleibender Fahrgastzahl und Halbierung der Anzahl der Bahnsteige werden sich die Fahrgäste drängeln müssen, wie auf dieser Fotomontage, die ein Bild vom Hauptbahnhof Hamburg mit der Architektur des tiefer gelegten Stuttgart 21 Bahnhofs kombiniert. Der Sicherheitsabstand der Fahrgäste zum einfahrenden ICE ist unter diesen Umständen nur schwer einzuhalten. Auf den Engpass Stuttgart 21 wurde von den Stuttgart 21 Gegnern immer wieder hingewiesen. Und bei diesem 1 zu 1 Modell eines Stuttgart 21 Bahnsteigs wird es richtig deutlich. Links die Rolltreppe, rechts der Zug. Nach Abzug des Sicherheitsabstands von 80 Zentimetern bleiben für die Fahrgäste noch 1,24 Meter. Für Behinderte, Kofferträger oder Eltern mit Kinderwagen gibt es praktisch kein Durchkommen. Der Luftzug eines einfahrenden Zuges birgt darüber hinaus ein großes Gefahrenpotenzial. Besonders, wenn zum Beispiel Reisende mit Kindern unterwegs sind. Züge können brennen. Hier bei einem Zugbrand in Frankreich konnten sich die Passagiere in Sicherheit bringen. Auch in Deutschland können die mit mehreren tausend Litern Öl gekühlten ICE-Triebköpfe Feuer fangen. Wie hier 2001 in Offenbach. Die Löscharbeiten der Feuerwehr im oberirdischen Bahnhof dauerten 5,5 Stunden. In einem Tunnel wäre dieser Brand nicht beherrschbar gewesen. Der Tiefbahnhof Stuttgart 21 wird ein Treppenbahnhof. Bei einem ausbrechenden Feuer dürfen Rolltreppen und Fahrstühle nicht genutzt werden. Dazu Dr. Volker Käfer, Technikvorstand der Deutschen Bahn AG. Zitat Wir gehen davon aus, dass Mitreisende sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn und gegebenenfalls anwesende Sicherheitskräfte die Evakuierung von Menschen mit Gehbehinderungen im Rahmen der Hilfeleistungspflicht schon in der Selbstrettungsphase unterstützen. Entsprechende Aufforderungen zur Unterstützung sind auch Bestandteil der Lautsprecherdurchsagen im Störungsfall. Zitat Ende Da bei einem ausbrechenden Feuer wohl eher mit Panik zu rechnen ist, bleibt für Behinderte oder Reisende mit schwerem Gepäck, Kindern und Kinderwagen nur eine barrierefreie Rampe als Selbstrettungsmöglichkeit. Eine solche Rampe mit akzeptabler Steigung würde aber nicht nur die Architektur des Ingenhofen Bahnhofs zerstören, auch das Ein- und Aussteigen der Reisenden würde noch weiter behindert. Der historische Kopfbahnhof mit einem neuen Glasdach Acht Bahnsteige und 16 Gleise Ebenerdiges Umsteigen ist möglich Die barrierefreien Bahnsteige können eine komfortable Breite von bis zu 13 Metern haben Das Glasdach kann zur Energiegewinnung aus Solarmodulen hergestellt werden. Die Parkerweiterung sitzt in diesem Entwurf an der richtigen Stelle, im Zentrum der Stadt und nicht zwei Kilometer außerhalb, wie es das Projekt Stuttgart 21 vorsieht. Geldmittel können nur einmal ausgegeben werden. Als Baden-Württemberger haben wir die Wahl. Stecken wir das ganze Geld, also 4,5 Milliarden Euro plus einen Faktor X, in ein Projekt und verhindern damit in den kommenden Jahrzehnten alle größeren Infrastrukturprojekte in ganz Baden-Württemberg? Oder finanzieren wir mit diesen Geldern einen mit 1,8 Milliarden Euro um knapp 3 Milliarden Euro weitaus günstigeren modernisierten Kopfbahnhof in Stuttgart und bauen mit dem ersparten Geld das Streckennetz im gesamten Land aus? Das Konzept Kopfbahnhof 21 benötigt nur ein Drittel der Tunnelkilometer von Stuttgart 21. Da Tunnelkilometer bei jedem Verkehrsprojekt die mit Abstand höchsten Kosten verursachen, gehen die Planer von Kopfbahnhof 21 davon aus, dass ihr Konzept auch nur etwa ein Drittel der Gelder von Stuttgart 21 benötigt. Ausgehend von der neutralen und realistischen Berechnung des Bundesrechnungshofs, der bereits im Jahr 2009 die Kosten für Stuttgart 21 auf mindestens 5,3 Milliarden Euro veranschlagt hat, ergeben sich für das Konzept Kopfbahnhof 21 Kosten von ca. 1,8 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ein Differenzbetrag von 3,5 Milliarden Euro, die für weitere Landesschienenprojekte frei würden. Zum Beispiel eine Milliarde Euro nach Offenburg, für einen funktionierenden Lärmschutz in der Innenstadt. Für den viergleisigen Ausbau des Rheintals, eine der wichtigsten Strecken Deutschlands überhaupt. Hier fährt der Güterverkehr von den Nordseehäfen bis nach Italien. Zum Beispiel 500 Millionen Euro nach Heidelberg-Mannheim. Da soll die Strecke viergleisig werden und eine gute Anbindung nach Frankfurt bekommen. Zum Beispiel 220 Millionen Euro für Modernisierung des Schienenverkehrs auf der Frankenbahn nach Würzburg und eine Erhöhung der Taktdichte. Zum Beispiel 500 Millionen Euro für den zweigleisigen Ausbau der Gäubahn plus die Elektrifizierung der Donautalbahn und der Ringbahn Donau-Eschingen-Villingen-Schwenningen-Rottweil-Tuttlingen. Zum Beispiel 100 Millionen Euro für den zweigleisigen Ausbau der Moorbahn nach Schwäbisch Hall. Nach Finanzierung dieser wichtigen Projekte blieben immer noch 670 Millionen Euro für den Ausbau des Bahnverkehrs in Baden-Württemberg übrig. Davon ließe sich zum Beispiel endlich die Strecke Ulm-Lindau von Diesel auf Elektrobetrieb umstellen. Die Bodenseegürtelbahn als S-Bahn ausbauen. Modernes geräuschreduziertes Wagenmaterial einkaufen. Und der Taktverkehr verdichten. Davon hätten alle etwas. Darum gilt am 27. November wählen gehen. Ja zum Ausstieg. Ja zu einem modernen Verkehr im ganzen Land. Übrigens, auch wenn Sie kein Bahnfahrer sind, haben Sie allen Grund für einen Ausstieg aus Stuttgart 21 zu stimmen. Denn ohne gut ausgebaute Schienenverkehrswege im ganzen Land werden wir die Staus auf unseren Straßen nie losbekommen. Als zweitergedeckte Schienenverkehrswege im Ach login surface des Verteidigung. Vielen Dank.